Und das ist, denke ich, auch in einer Beziehung so. Es muss nicht immer dein Partner neben dir stehen, damit du weißt, er steht hinter dir. Und da ist es genauso. Wir wissen auch, wenn unsere Fans nicht nach Neapel reisen können, sie stehen hinter uns. Egal, ob das in Frankfurt, im Stadion, ich weiß jetzt nicht, was der Klub macht, zu Hause ist, in irgendeiner Kneipe oder irgendwo anders auf der Welt. Sie stehen hinter uns und das wissen wir. Und dazu brauchen wir sie auch nicht im Stadion. Und da wissen wir, dass wir alle Unterstützung haben. Und diese Wucht, die werden wir auch dort wieder fühlen.